Heute hatte ich eine interessante Anfrage per Messenger und zwar kann man mit Eiweißshakes abnehmen? Er hätte das gehört. Ja, natürlich kann man mit Eiweißshakes abnehmen. Du kannst mit allem abnehmen. Hauptsache du bist im Kaloriendefizit. Der Vorteil ist nur, dass wenn du einen Eiweißshake trinkst, wahrscheinlich länger satt bist und vor allen Dingen auch deine Muskulatur erhältst. Die Muskeln sind dir so wichtig, um halt weiterhin Kalorien zu verbrennen. Wenn du während einer Diät meinetwegen nur Suppe isst, was ja auch geht, dann nimmst du auf jeden Fall ab. Dann wirst du auf jeden Fall auch sehr viele Muskeln verlieren und dadurch deinen Grundumsatz reduzieren, sodass du später so einen, ja manche sagen dazu, Jojo-Effekt bekommst. Das heißt, das Gewicht geht schneller drauf, als es weggegangen ist. Und deswegen ist es wichtig, in der Diät satt zu sein und dafür sind Eiweißshakes ganz gut, gerade die Casein, die kann man ein bisschen dicker anrühren. Und wenn man länger satt ist, muss man weniger essen, weniger Blutzuckerschwankungen hat, kann man besser abnehmen. Also ja, mit Eiweißshakes kann man abnehmen, mit anderen Lebensmittel allerdings auch.